Mitarbeiter-Pain-Points und Praxis-Pain-Points sind manchmal identisch, manchmal aber auch nicht, weil wir auch dort etwas unterschiedliche Perspektiven haben. Die Praxis quasi als Gesamtunternehmen, dass eine nachhaltige Wertschöpfung über einen langen Zeitraum haben muss, während der Pain-Point für den Mitarbeiter oft ein bisschen kürzeren Fokus in dem Bereich hat, dass dann halt der Ablauf in dem Moment, der muss irgendwie stimmen und funktionieren und umsetzbar sein und so weiter. Dr. Baxman's Lean Orthodontics Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir haben das letzte Mal über die Touchpoints gesprochen. Also ich habe es, glaube ich, als Kundenberührungspunkte übersetzt. Und da gibt es aber auch jetzt, ich würde jetzt nicht sagen den Gegenspieler, aber es gibt ja noch die Pain-Points, also die Schmerzpunkte in der Praxis. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was sind denn Pain-Points? Ja, Pain-Points sind im Prinzip eigentlich Problemstellen, wenn man so will. Schmerzpunkte kann man ganz klar sagen, aber auch in Analogie zu den Touchpoints etwas, was man kennen sollte aus verschiedenen Perspektiven und die man aber selbst auch kontrollieren und bearbeiten kann. Das ist jetzt etwas anders als die Touchpoints, die, sag ich mal, wo es in erster Linie um die klassische Zufriedenheit geht und wo wir mit dem Kano-Modell dann entsprechend bestimmte Basisleistungs- und Verresterungsmerkmale haben, ist es bei den Pain-Points so, dass dort quasi in erster Linie erstmal grundsätzlich das Basismerkmal, nämlich Abstellen des Schmerzes sozusagen, geklaffen sein muss. So, verschiedene Perspektiven habe ich gerade schon mal angerissen. Hier ist es genau wie bei den Touchpoints, dass wir einmal anschauen müssen, wir haben jetzt grundsätzlich wieder drei mögliche Perspektiven für diese Pain-Points. Nämlich ganz klar einmal aus Patienten-Kundensicht, die Pain-Points, nämlich welche Pain-Points wollen sie quasi behandelt haben, damit sie zufrieden sind, damit sie glücklich sind, damit sie ein Ergebnis haben, was sie sich wünschen. Gleichzeitig brauchen wir auf der anderen Seite oder entstehen dadurch aber auch Pain-Points bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst und der Praxis als Ganzes. Mitarbeiter-Pain-Points und Praxis-Pain-Points sind manchmal identisch, manchmal aber auch nicht, weil wir auch dort etwas unterschiedliche Perspektiven haben, die Praxis quasi als Gesamtunternehmen, dass eine nachhaltige Wertschöpfung über einen langen Zeitraum haben muss, während, sage ich mal, der Pain-Point für den Mitarbeiter oft ein bisschen kürzeren Fokus in dem Bereich hat, dass dann halt der Ablauf in dem Moment, der muss irgendwie stimmen und funktionieren und umsetzbar sein und so weiter und so fort. Das heißt, das erstmal so als grobe Einleitung zum Thema Pain-Points. Aber hast du so ein Beispiel für mich? Also wäre es zum Beispiel jetzt ein Pain-Point, wenn ich als Kunde in eine Praxis komme und sage, es dauert immer so lange, bis ich bei euch einen Termin bekomme. Oder ich muss immer so lange warten. Ich habe einen Termin um 15 Uhr und ich sitze immer 20 Minuten länger. Ist das so ein klassischer Pain-Point? Das wäre schon weiter, das wäre ein nicht erfüllter Pain-Point, der schon zu einer Beschwerde geführt hat, wenn man es jetzt genau nimmt. Ah, ich muss früher ansetzen. Okay. Ja, gar kein Problem. Der Pain-Point wäre in dem Sinne, dass ich ein Patient bin, der super wenig Zeit hat. Zum Beispiel. Das könnte ein Pain-Point sein. Und dieser Pain-Point, den müssten wir dann entsprechend lösen für den Patienten, dass wir halt eine super effiziente Terminplanung für den Patienten haben, damit er keine Wartezeit hat und es eben nicht zu der Beschwerde kommt. Ja, also das heißt, dass ich dann als Praxisinhaber quasi eigentlich ja jeden Tag, vielleicht nicht, aber dass ich regelmäßig zumindest mit neuen Pain-Points konfrontiert werde, weil ich ja auch immer wieder neue Kunden habe und die immer wieder neue Ansprüche haben und halt individuell sind. Also ich muss mich immer wieder neu einstellen. Ja, man muss sich schon immer wieder neu einstellen, aber hier kann ich auch die gleiche Antwort wie bei vielen anderen Dingen im Bereich Lean-Management geben. Im Prinzip gibt es eine endliche Anzahl von möglichen Pain-Points, die gestaltet werden oder die auftreten können. Gleichzeitig kann ich sie dann auch nach und nach antizipieren und wieder abbauen. Das heißt, wenn man es jetzt mathematisch betrachtet, sollte man immer genauso viele Pain-Points lösen, wie maximal neue auftreten, sodass man nicht endlos viele Pain-Points dann entsprechend bekommt. Ganz klassische Pain-Points, um das Ganze noch einen Schritt weiter zurückzubringen, wäre aber zum Beispiel beim Patienten tiefe Zähne. Das wäre zum Beispiel ein Pain-Point Nummer eins. Oder vielleicht sogar noch vorher betrachtet, sollte ein Pain-Point sein, ich mache keine Fotos. Warum machst du keine Fotos? Weil ich auf den Fotos nicht lächle. Warum lächelst du nicht auf den Fotos? Weil ich so schiefe Zähne habe. Warum hast du so schiefe Zähne? Weil ich Angst vor dem Kieferorthopäden habe oder weil es so teuer ist oder weil meine Eltern das nicht für mich gemacht haben, weil ich keine Zeit habe, weil ich glaube, dass das weh tut. Jetzt kommen quasi weitere Pain-Points, die man dann entsprechend bearbeiten könnte. Also sind das ja auch Anliegen und ja, Anliegen kann man es eigentlich auch ein bisschen zusammenfassen. Also Anliegen, Erwartungen, Wünsche, so könnte man es vielleicht auch ein bisschen, ich finde Pain-Points hört sich immer so fies an, aber es ist irgendein Problem, was ich gelöst habe. Ja genau, das aber auch eine gewisse Dringlichkeit bedeutet. Insofern war das gut, dass du das mit den Wünschen gerade gesagt hast, es geht schon über den Wunsch hinaus. Wenn wir uns jetzt nochmal so das Karno-Modell uns quasi anschauen. Also so Pain-Points, die sind definitiv, sind es immer irgendwelche Grundmerkmale. Das ist schon was sehr Elementares und auch was, sage ich mal, einen sehr hohen Druck entsprechend auslöst. Beispielsweise im Coaching-Bereich nennt man das häufig Bloody Knees. Das ist auch eine Form von Pain-Points. Was bedeutet jetzt Bloody Knees im Coaching zum Beispiel? Dass manchmal Coaches zwar die Idee haben, dass sie etwas verändern müssen, damit es ihnen besser geht. Das heißt, keine Ahnung, die sind total gestresst, haben Burnout und die wollen jetzt ihre Prozesse optimieren. So und jetzt fängt man mit denen an und dann merken die plötzlich, das ist aber anstrengend. Jetzt muss ich hier einen strikten Terminkalender einhalten, damit ich das Problem nicht mehr habe. Ich muss diszipliniert sein und so weiter. Und dann sagen die, ah, ist ja alles nicht so schlimm. Ich mache jetzt erstmal so weiter. Lass mal. Dann kann man sagen, okay, der Pain-Point war nicht schlimm genug. Das heißt, die hatten keine Bloody Knees. Die waren noch nicht auf den Knien. Ah, okay. Das hilft mir. Der Leidensdruck war noch nicht hoch genug, ne? Ja, genau. Der Leidensdruck war nicht hoch genug. Und das ist so der Inhalt von Pain-Points auch, dass sie einen gewissen Leidensdruck beinhalten. Dass eine gewisse Dringlichkeit danach sich zieht. Genau, das hast du schön gesagt. Aber das heißt dann, es gibt ja auch so eine Parallele zum Beschwerdemanagement. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt Praxisinhaber bin oder Mitarbeiter oder was auch immer. Und es kommt jemand zu mir, der einen Pain-Point hat oder die Beschwerde hat. Es geht ja im ersten Moment erstmal darum, zu hören. Nein, nicht das Gleiche. Nein, nicht das Gleiche. Aber es gibt, glaube ich, Parallelen, so wie ich will. Also ich verstehe das so, dass es Parallelen gibt. Weil es geht dem Patienten ja erstmal darum, dass er gehört wird. Und dass er ernst genommen wird in seiner Sache. Ja, aber es ist trotzdem, Entschuldigung, wenn ich da so ein bisschen stur drauf rumreite. Nein, nein, alles gut. Ich würde es aber nicht als Parallel, sondern als Konsequitiv, so als Folge quasi ansehen. Das heißt, wenn wir den Pain-Point nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht bearbeiten, dann wird es langsläufig zu einer Beschwerde kommen. Ja, stimmt. Aber ich muss, ja, ich muss aber trotzdem als Adressat, sage ich jetzt mal, das im ersten Moment ja nicht nachvollziehen können. Weil es gibt bestimmt, ja, Kiefer-Ordopäden, die den einen oder anderen Pain-Point dann nicht nachvollziehen können, so wirklich, dass das so ein großer Leidensdruck für den Patienten ist. Aber den Patienten ist es wichtig. Ja, und diese Pain-Points, die kommen halt immer wieder. Das ist tatsächlich ein klassisches Problem. Also ein konkretes Beispiel, sage ich mal, den manche kieferorthopädischen Praxen falsch machen, machen, in dem Zusammenhang ist. Der Patient kommt in die kieferorthopädische Praxis, ich baue es mal so ein bisschen dramatisch auf, hat schiefe Zähne, was kriegt er eine Zahnspange? Jetzt kommt er, keine Ahnung, die Kiefer passt nicht zusammen, er kriegt eine Zahnspange. Jetzt kommt er, hat ein CMD-Problem, Kiefergelenksbeschwerden und was sagt der Kieferorthopäde? Du kriegst eine Zahnspange. So, jetzt sollten bei den meisten von den Zuhörern die Alarmglocken angehen, weil das ist keine adäquate Therapie. Das heißt, der Patient kann vielleicht zwar auf der einen Ebene auch schiefe Zähne haben, nicht passenden Kiefer und so weiter, was vielleicht auch teilweise assoziiert sein mag mit dieser anderen Symptomatik, nämlich der Funktionsstörung. Das Lösen von diesem einen Problem löst aber nicht das ursprüngliche Problem der Kiefergelenkserkrankung, weil es nur einen Teilbereich angeht. Was ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, die sehr hoch ist für so ein Ergebnis? Der Patient hat hinterher schöne gerade Zähne, aber hat immer noch ein Funktionsproblem. So, was sagt jetzt der Patient? Boah, ich bin nicht zufrieden mit der Behandlung. Und der Kieferorthopäde sagt, ja, aber du hast doch schön gerade Zähne. Das ist ein klassischer Fall von nicht erkrankten Pain-Points, weil trotzdem auf eine gewisse Art und Weise korrekter Durchführung von vielen anderen Prozesselementen. Und jetzt hat er vielleicht tausend Touchpoints gehabt, weil der netteste, beste Service, alles super, schmerzarm und so weiter, hat trotzdem nicht den Pain-Point entsprechend betrachtet. Also wenn ich Pain-Points ausmerzen möchte, brauche ich auf jeden Fall Kommunikation. Höre ich das richtig raus? Also ich muss genau meinen Kunden verstehen und wissen, was er möchte, um dann auch entsprechend reagieren zu können. Und vielleicht auch nichts als gegeben voraussetzen. Ganz genau, richtig. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, das geht gegebenenfalls auch proaktiv, dass wir von vornherein klar machen, welche Pain-Points lösen wir denn tatsächlich. Ja, und dass man sich auch wieder austauscht. Also, dass man sich mit dem Patienten, dass der Patient weiß, was ihn erwartet und was er erwarten kann. Und dass es im Idealfall dann halt auch erfüllt wird. Genau. Es können auch neue Pain-Points entstehen. Durch Erlebnisse, die auftreten oder durch Veränderungen von Situationen, was weiß ich. Wir hatten ja vorhin gesagt, mit dem einen Patienten, dass er vielleicht super wenig Zeit hat. Vielleicht war das am Anfang der Behandlung anders. Und dann plötzlich hat sich die Lebenssituation geändert. Der ist weiter weggezogen, hat einen anderen Arbeitgeber. Jetzt ist er nicht mehr mit dem Fahrrad fünf Minuten unterwegs und ist egal, ob er zehn Minuten wartet oder nicht. Sondern er muss jetzt anderthalb Stunden mit dem Auto ranfahren, muss sich dafür freinehmen. Dann muss er noch 20 Minuten Parkplatz suchen und dann nochmal zehn Minuten in der Praxis warten. Und wieder zurück. Das ist natürlich ein super riesengigantischer Aufwand, der damit mal entsteht. Und es entsteht dadurch vielleicht ein neuer Pain-Point. Und dadurch sagt der Patient vielleicht einfach so, ich muss jetzt aber wirklich bei den Terminen, keine Ahnung, nur an den Tagen zu dieser Zeit. Und es muss dann aber auch pünktlich sein und so weiter. Der hat plötzlich ein ganz anderes Anforderungsprofil, als vorher da gewesen ist. Und dann denkt man in der Praxis, was hat denn der überhaupt? Und der Pain-Point ist, ich bin weggezogen, ich bin woanders. Und mein Zeitmanagement hat sich komplett verstellt. Aber dann kann man ja eigentlich auch als Praxisinhaber froh sein, sag ich jetzt mal, wenn der Patient den neuen Pain-Point dann mitteilt. Weil du musst ja ansonsten extrem sensibel sein. Weil vielleicht kommt dann einer, der dann auf einmal total gehetzt ist zu seinen Terminen. Und das war vorher, wie du sagst, das nicht so. Aber wenn er dir das nicht mitteilt, ist ja auch schwierig dann. Genau, also gut, wir sind eigentlich fast immer überall, steht es und fällt es mit irgendeiner Form von Kommunikation, ob er direkter, verbaler Kommunikation oder ansonsten irgendwo. Ja, klar. Was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist, wie das gerade ist, kann natürlich auch, sag ich mal, Produkt- oder leistungsbasierte Pain-Points natürlich auch auftreten. Dass zum Beispiel die Schmerzen vielleicht besonders groß sind während der kieferorthopädischen Behandlung oder so. Also ein echter Pain-Point in der originären Wortbedeutung, sozusagen. Ich wollte ihm sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Ja, genau. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass dann derjenige sagt, okay, das geht jetzt für mich gar nicht. Oder dass jemand umsteigen will von einer festsitzenden, ausliegenden Zahnspange auf ein anderes Modell, weil er plötzlich feststellt, okay, ja, ich wollte es gerne nehmen und ich wollte auch die günstigere Variante vielleicht haben. Und deshalb habe ich genau dieses Modell jetzt gewählt. Aber, und sie haben ja auch gesagt, ob das eine gute Idee ist für mich. Und jetzt habe ich sie aber getragen und gemerkt, das funktioniert so gar nicht. Also entweder möchte ich wechseln oder abbrechen oder keine Ahnung. Das gibt es auch in seltenen Fällen mal. Das ist auch schon mal möglich. Okay. Jetzt muss ich nochmal abschließend bei den Pain-Points. Ich komme immer am Ende irgendwie auf die Mitarbeiter, aber es ist total faszinierend. Also du kannst ja nicht davon ausgehen, weil man geht ja eigentlich nicht davon aus, dass diese Kommunikation über die Pain-Points immer nur ausschließlich den Praxisinhaber quasi betrifft. Deswegen ist es ja auch, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr hoch, dass dein Team oder deine Mitarbeiter damit konfrontiert werden. Das heißt, es gilt dasselbe. Ich sage nicht, dass es dasselbe ist, aber es gilt dasselbe wie beim Beschwerdemanagement und wie bei anderen Themen. Chef weiß Bescheid, aber im Idealfall Mitarbeiter auch. Ja, vollkommen richtig. Also sogar im doppelten Sinne nochmal einmal. Wir haben ja gerade jetzt, wir haben wieder nur über die Pain-Points der Patienten quasi besprochen. Natürlich haben wir auch Pain-Points der Mitarbeiter, die zum Beispiel auch durch den Patienten Kontakt oder durch Abläufe Ähnliches entstehen können. Das ist das eine. Das ist aber auch natürlich, und darauf wolltest du jetzt auch glaube ich hinaus, müssen natürlich die Mitarbeiter sensibilisiert sein dafür, dass es Pain-Points in dem Sinne gibt, welche es geben kann. Es muss auch die interne Kommunikation und entsprechend dann Schulung oder Ähnliches geben, die dafür sorgt, dass die Mitarbeiter erstens offen dafür sind, dass es das gibt, selbst mit ihren Sinnen aufmerksam sind, danach diese Pain-Points zu erkennen, um sie dann überhaupt entsprechend auch adressieren, lösen und im Nachfolgenden jetzt prozestechnischen Sporn wieder dokumentieren und Standardlösungen entwickeln können, Prozesse neu bauen, damit die Pain-Points eben nicht mehr auftreten. Und dazu sind dann Schulungen und auch interne Kommunikation entsprechend nötig, ganz klar, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Mir ist jetzt so dieser Unterschied zwischen dem Beschwerde-Management und den Pain-Points ist mir persönlich jetzt ein bisschen mehr klar geworden, weil ganz ehrlich, ich war, muss ich auch zugeben, ich war mit diesen Pain-Points, das war so für mich, es war so ein fließender Übergang, sagen wir mal so, zwischen persönlichen Pain-Points und Beschwerde-Management. Aber wenn man es jetzt mit dieser klaren Struktur nochmal sich anschaut, die es ja offensichtlich gibt, sind es halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ja, es ist für mich zumindest ein bisschen klarer geworden. Vielen lieben Dank. Das ist schön, das freut mich. Ich hoffe, euch als Zuhörer auch entsprechend. Sonst schreibt Kommentare, stellt eure Fragen, schreibt mich an. Auf jeden Fall gehe ich gerne drauf ein. Und wenn du das Buch noch nicht hast zur Customer Journey, ja, dann lies das erstmal. Bis dann.